Dann zu diesem Schild Dann hier lang Ich will jetzt keinen Fehler machen Sieht nicht richtig aus, ich werde gleich wieder Doch nicht, was passiert? Doch nicht Geil Ne, das ist der richtige Weg, ich glaub's nicht Dann Dahin Dann Dahin Dann dahin Perfekt Ja, 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 laber mal schön Okay Was ist das für ein Geräusch? Wow Was war das denn? Ah Junge So besiegt man die also, alles klar Da ist ein Ei Das erste Ei Juhu Das erste Äh, das erste Ei von drei Es treibt sich sogar Toll Äh, jetzt sag bitte, ich kann hier ein Lied spielen Nein, kann ich nicht Na, ganz toll Na gut, dann muss ich jetzt noch Zweimal dann hier hinkommen, alles klar Schade, schade, Schokolade Irgendwo raus Ist ja egal wo So, jetzt bin ich Ja, wieder am Anfang Perfekt So Und so Und so So Das Ei wird jetzt weggebracht Dann sind es nur noch zwei Eier Na gut Das ist eine Geschichte, die sich irgendwie ein bisschen hinauszögert Die Belohnung muss sehr groß sein Ich glaub sogar, es gehört mit zur Mission Das heißt Keine Ahnung Vielleicht eine neue Fähigkeit für den Zora, dass er Eier werfen kann Obwohl, was soll das bringen? Ne Ist ja blöd, was ich da jetzt sage Na gut Ja Toll, das sind schöne, große Fische Aber leider interessiert mich das gerade irgendwie gar nicht Oh, ich laufe hier gegen das Haus Ich hab gerade woanders hingeguckt So Ich will doch noch nach vorne Jetzt kommt hier dieser Sturm und will mich rausbringen Ich glaub's nicht So Das war das nächste Ei Das vorletzte Ei Ich will es haben Komm zu mir Du 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 So Also wie gehabt Von hier geht's da lang Was soll denn das? Muss ich extra am Boden sein oder was? Und so Von hier nach da Wie ich es auch eben gemacht habe Von hier nach hier Von da nach da Von hier nach da Dann da lang Und schließlich dann da lang So Ei Nummer Zwei Gehen wir mal Da unten hin Aua Scheiße Junge ich berühr den Dorf Jetzt hab ich keine Energie mehr gleich Jetzt hab ich keine Energie mehr Ah da unten sind Krüge Hoffentlich ist da auch Energie drin Denn das brauche ich jetzt wirklich dringend Ja Ah hier ist auch noch einer drin Äh Was war das? Eigentlich hatte ich Das hier an Und jetzt ist ja wohl Und nein Perfekt Das vorletzte Das erinnert mich grad an Zerlok Green of Time Ihr wisst bestimmt was ich meine hier Wenn ja Schreibt es in die Kommentare Danke Und ab geht's nach oben Nach oben Ach der schwimmt nach oben So Hm Das sieht immer lustig aus So So Gleich hab ich's geschafft Alle Eier weggebracht Der lange Prozess Ist dann endlich abgeschlossen Ich freu mich ja so Ich kann nicht so Ich kann nicht so Ich kann nicht so Ja Nein Boah Was für ein Rückschuss Ah Was für ein Dully So Jetzt gehen wir mal bitte nach oben So 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 So